Definitiv. Bei mir ist noch mal ne Lautstärke. Dann geht's erst mal mit DS A1 weiter. DS A1... Hm? Wie lange hast du denn dann noch Schule? Äh, ich hab dann noch vier Wochen. Ah, okay. Also zweimal... Okay, was geht? Zweimal vermass ich dann noch. Ich glaube, ich muss... ...erig lauter Schule machen. Achso. Okay. Normalerweise sagt man mir, ich bin immer zu laut, deswegen suche ich mich zurück. Nein, mein Mikro ist einfach... äh, mein Herz ist einfach nur scheiße. Sag noch mal was. Guten Tag. Ja, auf 18 plus geht das. keeps... das ist aber extrem. Heute red ich mal grad auf plus 1. Nee, und bei dir habe ich das auch auf plus 18. oder die ohren nicht wegfliegen hier sagt man hätte das scheiße zitat von domi ist domi der andere hier der andere hier ok hallo der andere hier i rushed you down ja mal gucken wie gleich curryhuhn schmeckt ich hab heute noch nichts gegessen wie huhn mit curry und nudeln du hast dir von zeph das video angeguckt was ich dir geschickt habe resident evil ich kenne diese schule das ist die ganz neue ich kenne sie nicht ok es ist eine schule die gehört zu freddy krüger das ändert nicht seine tatsache und das auch ein anderer keller sein ja ich habe leuchtetot im ich höre sie nämlich rumsingen ich habe angst du hast rums kaputt sehr schön geh mal kurz in den keller und hol mir in der kiste mach das natürlich immer eine gute idee der keller ist so ein hübscher bereich der keller ist safe aber leider ist auch kein generator gefunden hi kannst du mich auswecken hier mornex hinter dir nicht im schrank gehen warum gehst du in den schrank ach so sollst du mich aufwecken und nicht im schrank gehen also das ist doch fertig ja das war ich ne hab gedacht das ist ich bin schon raus gesprungen weißt du was mornex mornex die schranksache ist meins mornex meins ich hab das nicht bekommen ok doch ich hab ihn voll verarscht alter alter das problem war ich hab nicht dran ja und ich hab dann hat er ihn gekocht ja hab mein falschen schrank und dann bin ich in dem moment äh ausgesandt das problem war das gesagt wurde Huntress ist das hab ich nicht nachgedacht wegen aufhecken ja ich bin in der zaube ja wenn ich mich verletzt habe plus Palette vor dir umgeschmissen und 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 am schlafen oder was ist das für ein zeichen da unten das ist wenn jemand in einer Traumwelt ist ja 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 den kannst du aufwecken einfach nein wo hi daneben jetzt nehmen wir aber nicht daneben komm nicht vor die schule komm nicht vor die schule alter ist immer noch hinter mir her ey welches Arschloch hat ihn an mir abgeschmiert hm ich weiß nicht der andere verletzt du ja er hat mich gesehen oh komm leg mich ins Knie da hinten ganz da hinten ganz ja gleich auch rein fertig ja gleich auch rein fertig ist er auch im Keller dort was sind denn dann geh ich mal Shireen ich bin denn eine Schwule Ammonix halt macht das schon ich bin schon ja aber dann können wir auch direkt rein ok sie ist hier er ist hier ja ja ich schlafe renn ah fuck helfe ich halte ihn hin ok er hat von mir abgelassen er rennt zu ne ich fahr alleine er ist bei mir ja hey generator typ kannst du mich aufwecken ja ich bin in der traumwelt ah 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 generator typ ich habe ich habe jetzt nicht die mühe gemacht nachzudenken wie er heißt ich wollte einfach aufgeweckt werden jetzt bin ich im Dorn ja wunderbar scheiße hey lock mich nicht ah sorry ich geh da mal lass dich mit deinen ängsten alleine Der verfolgt aber mich Ich bin oben im Haus Kannst du mal bitte wieder ans Haus kommen? Sofort Ich helfe noch mit dem Skritcherine beim Generator Der ist gleich fertig Das ist egal Geh dicht Platz auf den Generator Komm zu euch Komm entgegen Warte wie mach ich das Da? Du bist auch nur Spallen Du solltest der bei allen Ich glaube er hat grad versucht dich zu hitten Nee der wollte mich hitten Gut dann können wir ja weitermachen Hä? Oh er ist geraged mit War ich wohl zu schnell Er hat mich auch ein paar Sekunden lang versucht zu hitten Und hat es nicht hingekriegt Ja aber Seitdem ich Eileen befreiht hab Ist er die ganze Zeit hinter mir dann her gewesen Ach komm mal Der hat sein Ultra-Rare Teil Verloren Das ist bitter Das war selber schuld Ja Ich bin die Grundsache Hahaha So Bloodwebis Kann ich auch ein Ultra-Rare Part kaufen Brand New Part Sehr schön Ich bin die 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 Vielen Dank. Was war das denn eins von uns? Das ist eine gute Frage. War doch ein Weißes. Starten wir alle zusammen. Du tust so als würde ich mich mit diesem Spiel auskennen. Achso. Wenn es heißt, dass es Weiß ist, dann ist es so ein geileres Geiler. Weiß ist eigentlich Survivor. Schwarzes ist Killer. Ja, was bist du? Und Schwarzes ist meistens dann auch... Killer ist dann meistens auch Memento Mori. Ja. Schon begeisterung bei diesen Worten. Ja. Ich bin einmal auf dem Hook gewesen. Ich bin tot. Der Zungel kam, dass es so mal geändert. Ja, dass man wenigstens einmal auf dem Hook sein muss. Ja. Früher konnte man das ja direkt... Oh was, du bist tot. Oh ja, du bist ganz tot. Warum lädt das Spiel so lange? Ich glaube, ich bin schon wieder rausgeflogen. Das kann sein. Das wirst du gleich sehen. Ich bin immer noch im Laden, also... Ich auch. Das weißt du. Nein, mein Balken ist auch nicht voll, also... Ich bin immer noch im Laden, also im Laden. Hey, mein Balken ist voll. Ja. Wir sind drin. Ich auch. Und wir sind... Outerhaven. Ja. Zu dritt nur. Ja, schön, dass ich ganz weg bin. Hm? Mein Spiel hat sich auch geändert. Ja. Haben wir schon gemerkt. Wir sind zu dritt. Ja, da müssen wir noch ein Generator weniger. Ich start mal. Oh ja. Ist da jemand von euch oben hier reingekommen? Höh. Geist bei mir. Geist bei mir. Geist bei mir. Seid an mir vorbeigelaufen. Gut, dass ich in einem Schrank bin. Das liegt die ganze Zeit daneben. Ja, ich hab's gesehen. Okay, jetzt, jetzt hat er... Jetzt war nix zu sagen. Komm nicht zur Werkstatt. Okay. Oh Gott. Ich werd versuchen, dir zu helfen. Nein! Oh! Hast du ja schon Decisive Strike, oder? So, ich dachte, das wär die Louis Define... Nee, warum die... Nein! Oh! Kämpter, oder? Er läuft an sich, warum? Jetzt ist er wieder umsichtbar. Wir sehen ihn grad nicht. Er war mal. Okay. Er versuch's einfach mal. Hm? Ah, ganz langsam. Das war's. Wenn du noch ein bisschen wartest, vielleicht mit dem Generator... ... oder so. Dann nicht. I can wheel you, baby! Pfff. Möchte ich. Ich glaub mit meinem Medikett, weil dann geht das vier vielleicht ein bisschen schneller. Für dich? Nee, nee, das stimmt. Ich hab schon eins kaputt gemacht. Für Punkte. Ich hab auch noch Punkte. Hing ja ein bisschen. Oh! Der ist grad an mir vorbeigelaufen! Nein! Ich hab einen Millimeter aufgehört. Ich hab außen losgelassen. Ich war eigentlich kurz vorm Ende. Irgendwo wieder die Geist überhört und legen wir im Arsch. Aber er hat wenigstens mich ruined, aber ein etwas. Hi. Er läuft übrigens sichtbar rum. Jaja, er verfockt mich ja auch. Immer noch. Ja. Er ist sehr unfähig, wenn er so lange braucht. Ich hab einmal daneben geschlagen und ja. Wow. Wow, wirklich more nix. Jetzt weiß ich doch nicht, wo ihr seid! Der will mich. Der will mich. Er hat mich nicht gesehen. Aber... Du Bastards, bring ihn doch nicht wieder hierher! Ja! Aber ist doch wohl für mich! Für dich! Ich versuch den Generator fertig zu machen. Vielleicht lässt er dann von dir ab. Ich mein, ich bezweifle es aber. Der hat mich verloren. Oh, das ist gut. Ja, er kommt hierher. Der Planer funktioniert! Muss mich irgendwie sogar wundern, muss ich sagen. Er hat mich verloren? Er hat mich verloren? Er hat mich verloren! Nein, er hat er nicht. Er hat mich... Er hat mir noch... Okay, jetzt seid ihr bei mir in der Nähe. Er hat sich unsichtbar gemacht. Meine Damen und Herren, er ist unsichtbar. Na, er ist bei mir. Ja. Hast du eine Safecare? Kann doch mal... Was? Ja, klar. Oh... Ich hätte auch eine Safecare. Das ist so einer der Perks, die noch eigentlich immer drüben liegt. Hi, Monix! Oh! Was ist denn da? Ja. Ah, hier ist doch gleich ein Haken. Oh, wie fübsch du da hängst. Ja, ne? Wo ist er hängen gegangen? Der hat den Generator noch kaputt gemacht. Der kann halt auch, wenn er unsichtbar ist. Okay, kannst herkommen. Und jetzt laufen. Ich kann euch noch nicht auf den Haken vergammeln lassen. Ich meine, ich könnte schon. Okay, er kommt. Fuck. Er hat mich gesehen. Hat er gar nicht zusammengelegt. Ich zieh dich. Ah, fuck. Ich werde da umgehen. Nehmen den Hilf. Mein Sprint Burst kommt nicht früh genug ab. Oh nein, ich habe ihn noch gestern gehabt. Nein! Er bringt mich hier hin. Pass auf. Nein! Run, you fool! Er verfolgt mich. Du kannst ihn befreien gehen. Warte, du läufst grad zu mir. Ja, ich sehe es. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Das ist jetzt kein Problem. Wenn er wegläuft, wird dir sagst du uns morgens. Ne, ne, noch verfolgt habe ich. Dann machen wir direkt hier den Generator auf und laufen zu dem Generator, den du fast fertig hattest. Meiner war fertig. Ach, der ist schon fertig. Wo du gefallen bist. Nehmen, der war ich. Ja, genau. Ich weiß. Den habe ich fertig gemacht. Wird noch nicht so fertig. Okay, alle von uns sollte schon mal laufen, damit wir morgen nichts treffen können. Keller! So hängt's. Er ist noch sichtbar. Noch. Wird sich bald ändern. Ja. Er ist unsichtbar. Klar klappt, er läuft in deiner Richtung. Ja. Ah, fuck. Hat der Brake jetzt schon Fallen oder so? Kann das sein? Fallen? Ne, das hat keine Fallen. Ich habe mir die Glocke gehört. Ja, das ist vom Eingang hier. Ach so, okay. Deshalb habe ich ja vorhin gefragt, ob hier jemand reingekommen ist. Nö. Oh, natürlich! Tut mir leid, Borleks, ich habe mein Bestes gegeben. Ich muss jetzt mitten auf die Welt gehen, weil hier keine anderen Generatoren sind. Sorry, Borleks. Hättest du ihn geblockt, hätte ich wahrscheinlich freikommen können. Ich weiß, ich bin nicht ganz so gut drin in dem Spiel. Da hat sowas denke ich. Äh, da hätte ich nur einmal schlagen müssen, dann hätte ich die Zeit gehabt zu wiggeln. Kann's nicht schlimmer sein als ich. Das kann niemand. Er kommt. Er schein reicht. Leute haben mich nicht gesehen. Lol. Hm? Lol. Ist er richtig blind? Ja. Hab ich mir nie angeguckt bei ihm. Er hat keine Perks. Ist doch gut. Ja, ist doch schon. Ist wieder bei dir. Ist wieder bei dir. Ja, hat mich nicht gesehen. Er macht Generator. Ach, mich aber. Tschüss. Ups. Mach den Generator. Ja, mach ich. Und weiß er nicht wo ich bin. Doch, er weiß wo ich bin. Renn einfach weg von mir. Das ist der Plan. Rennen. 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 Run, boy, run. Es ist eine Palette, die kann mich zum Juken benutzen. Ja, war klar. Aber... Ach, hab noch einen Versuch. Er ist gleich in drei Viertel fertig. Ich glaube, er mag mich nicht. So. Das war nicht so gut. Ist es gleich fertig? Hast du eine Atelier? Ne, ne? Ne? Brauch das schon. Ich war ein bisschen in den Keller gegangen, das war Neutruhe. Die wird mir sicherlich helfen. Ja. Drei. Drei. Mein Untergang steht mir vor. Alles. Yo. Oh. Hier ist zwar direkt links bei mir, aber... Er ist nicht glücklich mit mir. Wir machen nicht den gleichen Fehler wie eben. Wohl kratsch. Ich werde diesmal nicht mit seinem Fehler machen, oder? Sack! Oh Gott! Ich werde definitiv nicht den selben Fehler machen. Egal, vieler... Konntest du, X ist entge... X ist einer, Konntest! Komm! Nein! Nein! Dann fang ich mal an zu spannen. Ich werde das nicht schaffen. Ich kann bei dir nicht gucken, wenn du zugucken. Ja! Ich kann doch im Stream gucken! Ja! Da hört man dann einfach die Stimmen doch nicht! Das Schlimme ist aber... Das leckt dann wahrscheinlich wie Sau, wenn du bei mir jetzt zuguckst. Ja! 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 Er ist hier! Er ist vor uns! Er lebt dich oder mich? Er will dich! Die Palette! Hast du einen Ausgang schon laufen, oder nicht? Ja, ja! Okay, ich weiß dort welchen. Gut! Schaffst du's dorthin? Alleine? Ja! Ich glaub nicht! Ich glaub nicht! Scheiße! Mach! Mach! Ich seh dich! Ich seh dich! Er läuft immer noch nach! Du kannst's schaffen! Ja, ja, ich! Ein Hit kannst du überleben! Ja, lauf die Keller runter! Gute Idee! Ich warte mich auf dich! Komm schon, Baby! Ja, du hast es geschafft! GG! Nee! Ich warte mich!